Es gibt Momente im Leben, die man festhalten möchte, in die man immer wieder eintauchen will, egal ob Veranstaltungen, Berichte, Imagefilme oder Werbespots. Wir machen ihren Moment unvergesslich. Wir sind Kanal 3, das steirische Fernsehen. Wir versorgen die Seher in unserem Sendegebiet mit lokalen Informationen zu den Themen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und Kultur. Informationen aus und für die Region. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wir produzieren Woche für Woche zwei unterschiedliche Magazine. Kanal 3 Steiermark und Kanal 3 Obersteiermark. Selbstverständlich regional, denn unser Leben findet nicht nur auf den großen Bühnen, sondern vor unserer Haustüre statt. Sie planen eine Veranstaltung, eine Pressekonferenz oder haben eine Werbebotschaft? Wir sind das perfekte Medium dafür. Gute Bilder brauchen um gute Technik. Daher legen wir großen Wert darauf, dass unser Equipment am neuesten Stand der Technik ist. Und unsere effizienten Workflows sorgen für hochwertige Bilder in HD-Qualität und kurze Reaktionszeiten. Junge, engagierte Mitarbeiter gestalten ihre Beiträge mit viel Kreativität und Leidenschaft. Denn Fernsehen macht ihre Werbung erst richtig erlebbar. Ihre Beiträge werden bis zu zehnmal täglich sieben Tage lang ausgestrahlt. Empfangen werden die Beiträge natürlich von den Zusehern, die ihre Zielgruppe bilden. Jede Woche neu. Wir erreichen 195.500 Serien über Kabel-TV und 4.400.000 Österreicherinnen und Österreicher empfangen Kanal 3 über Satellit. Aus der Steiermark für die Steiermark. Jede Woche neu. Alles aus einer Hand. Das ist Kanal 3. Ihr steirisches Fernsehen.